Frau Ministerin, wir haben ja schon auf dem Krieg im Balkan erlebt, dass unter einem grünen Außenminister im Rahmen einer Salamitaktik so lange immer weiter eskaliert wurde, bis am Ende deutsche Bombenflugzeuge in einen Krieg auf dem Balkan eingegriffen haben. Vor diesem Hintergrund frage ich Sie, können Sie hier dem Parlament erklären und damit auch dem deutschen Volk versprechen, dass es weder zu Lande, zu Wasser noch in der Luft zu einem Kampfeinsatz deutscher Truppen in der Ukraine geben wird, insbesondere vor dem Hintergrund, dass Sie ja gesagt haben, wir haben dort Ziele zu erreichen, wenn wir die mit den Waffenlieferungen, die Sie haben wollen, nicht erreichen können? Frau Ministerin. Vielleicht der erste Teil Ihrer Frage oder beziehungsweise Anmerkung, auch das unterscheidet offensichtlich Ihre Partei von meiner Partei. Wir agieren in Situationen, wo sich die Welt komplett verändert hat, so dass wir sagen, was ist die Verantwortung den Menschen in unserem Land, aber eben auch unseren europäischen Freunden und Nachbarn und der Zivilbevölkerung gegenüber. Und ja, deswegen haben wir damals gesagt, wenn wir die Möglichkeit haben, einen Völkermord zu verhindern, dann werden wir alles dafür tun, auch wenn es nicht im grünen Parteiprogramm vorher gestanden hat. Und das Gleiche gilt für die jetzige Situation. Wenn ich mich fragen muss und die Ukraine zu Recht fragt, was könnt ihr tun, damit nicht unschuldige Menschen bombardiert werden, dann frage ich mich doch, was Sie leisten? Und auf Ihre Frage hin mit Blick auf deutsche Beteiligung in der Ukraine. Ich finde das eine unglaublich schwierige Abwägung. Und manchmal nachts um drei, ich glaube, das geht vielen hier so, wacht man auf und denkt, wenn man hört, diese Menschen sind im Stahlwerk eingeschlossen. Meine Güte, können wir den Himmel nicht sichern. Aber dann denkt man eine weitere Minute nach und weiß, dann wären wir Kriegspartei. Und diese Abwägung immer zu treffen, das ist meine Verantwortung, der Eid, den ich hier geschworen habe. Und deswegen liefern wir Waffen so, dass wir nicht selber als NATO in diesen Krieg eingreifen, aber die Ukraine so unterstützen können, dass möglichst wenige Menschen zu Tode kommen. Der Kollege Reichert hat auch noch eine kurze Nachfrage, bitte. Frau Ministerin, Sie haben meine Frage nicht beantwortet. Ich habe Ihnen die Frage gestellt, ob Sie vor diesem Parlament erklären können und damit auch dem deutschen Volk heute sagen können, dass es nicht zu einem Einsatz deutscher Truppen zu Lande zu Wasser und in der Luft in der Ukraine kommen wird. Auch wenn Sie lauter fragen, ist es mein Recht zu antworten, wie ich möchte an dieser Stelle. Und ich habe sehr deutlich gemacht, dass wir nicht Kriegspartei in diesem Krieg werden. Und deswegen die Schritte, die wir gehen. Und wenn es vielleicht zu Mali noch eine Frage ist, genau so treffen wir dort auch die Abwägung. Immer wieder die Verantwortung für unsere deutschen Soldaten, für die deutsche Bevölkerung, die jetzt in Mali nicht so direkt an der Grenze liegt, aber eben auch die Verantwortung für diese Welt. Wir sind Teil der internationalen Gemeinschaft. Wir sind Teil der internationalen Ordnung. Und wenn wir sagen, wir wollen das internationale Recht hochhalten, dann erfüllen wir auch unsere Verpflichtungen, unsere Versprechen, die wir gegeben haben, sei es in Mali oder sei es in der Ukraine. Vielen Dank.